Pepe springt am Teich wild herum. Arno kommt vorbei und fragt, was denn sei. Oh mein Gott, meine Mutter ist in den Teich gefallen. Ich gehe und hole Hilfe. Wir durchsuchen das Gebiet. Für die Mutter gibt es keine Hoffnung mehr. Pepe ist verzweifelt. Ach, dann braucht die Schraube auch nicht mehr. Ich gehe und hole Hilfe.